Tja, also wenn es jetzt schön steht, kann ich vielleicht sogar alle vier angreifen und mit der Volatile Bomb dann noch einen Zusatzangriff machen quasi. Ich räum, ich räum auf was ihr übrig lasst. Ich sag, ich hau jetzt so krä... Ich bin, Hartmann, ich bin relativ kräftig dran, ich wünsche ich ob ich nicht aufräume. Das ist, das ist nicht gut. Wenn noch was da ist, weil ich hau so kräftig... Na gut, ja wir hauen scheinbar jetzt alle fürchterlich drauf. Ja, ich hab meine ganzen Karten wieder. Jetzt darf ich das brutale Zeug machen. Wo soll ich früh dran sein? Ich weiß nicht, ich will nicht früh dran sein. Mir wäre es recht, wenn du früh dran bist. Ich hasse es früh dran zu sein. Gut, vielleicht sollten wir die Serie trotzdem runterlegen, damit uns klar ist, welche Runde wir haben. Vor allem, wenn wir jetzt aufhören. Sollten wir. Ich habe gewusst, da war noch was, was ich vergessen habe. Da fehlt noch ein Teams. Aber andererseits, das muss man echt nicht drauflegen. Wenn keine Tokens mehr drauflegen, es wurscht, da hinten kommt keiner mehr rein. Das hast du gut gemacht, Hartmann. Andi, siehst du, schief das Licht. Da ist noch eine Münze, hol dir die. Andi, eine Münze! Ja, aber ich weiß nicht, wie ich hinkomme. Ich überlege eh schon die ganze Zeit. So. Nein, ich mache mir eher Sorgen, ob der René... Schau dir nochmal deine Karten an, René, ob da wirklich ein Move 3 dabei ist oder ein Move 4. Ja, ja. Dass du dich nicht vertan hast. Bitte, bitte, bitte. Nein, wenn du das umdrehst und sie ist nicht dabei, dann haben wir verloren. Na gut. Soll ich nicht stehen bleiben? Eher nicht. In keinem Fall. Ja. Okay, kann man aufdecken? Ja. Ah, das sind sogar 2-0-4. Gut. Sowas aber. Weil ich... Ich... Oh, verdammt. ...möchte, was den Angriff betrifft, flexibel sein. Ich bin als Erste dran. Sie kommen vor mir dran, das ist das. Ich fürchte, dass Karten verlieren, Andi. Ja, ja. Soll sein. Darauf habe ich Michi eingestellt. Michi? Bist du in... Hm. Naja. Sag mir da jetzt. Nein, nein, der Michi ist vorher dran. Vielleicht kann er die... Mir geht's um die Viecher. Vielleicht kann er die Situation retten. So. Mir geht's jetzt einmal um die Viecher. Wir haben 22. Ah, jetzt... Okay. Naja, nein. Das passt schon. Ja, das ist eh gut. Das passt schon. Alles gut. Ich hätte den 20er vorne hinlegen können, aber ich wohne nicht nachher dran. Ich wollte eher spät dran sein. Ja, du wolltest, dass wir vorher sterben. Genau. Okay. Um ehrlich zu sein, du musst nicht vorne stehen, um angegriffen zu werden, aber... Äh, ja. Es muss eh nur einer überleben, oder? Nein. Die Unterhälfte von Unstable... Es muss jeder auf den Feldern da oben sein. Könnte was. Ja. Du meinst, wenn einer stirbt, schafft er das nicht? Ja, wenn einer stirbt, schafft es keiner. Es müssen alle auf den A-Feldern sein. Ja, okay. Dann wird's knapp, ja. Ich hoffe, dass es dann knapp wird. Ich kann... Na, pass auf. Ich kann uns jetzt mal Platz machen, und dann könnte ich selber aber trotzdem noch Felder noch... Du vergiss nicht. Ich will zwei nebeneinander stehen haben. Du, der Michi macht ratzfatz, dem ist wurscht, was wir nachher machen. Ja, du wirst nicht zwei nebeneinander stehen haben. Das einfach. Das will ich aber. Ja, hab ich. Na, wenn er nicht fertig ist mit seinem Zug, ist kein Stein mehr auf dem anderen. Das seh ich jetzt schon. So, okay, gut. Nicht gut deswegen, weil er der Crackhard ist. So. Okay. Ich fang jetzt mal an. Das schaut ziemlich brutal aus. Ich meine, ich könnte doch die Unstable Abheaval machen und noch die Volatite Bomb draufknallen, aber das macht man nicht. Weil das könnte ich auch verwenden. Könnt ich auch noch machen. Würden alle... 3 Schaden bekommen? Nein, das ist ein Nahkampfangreif, ich glaube. Nein, es wird ein Fernkampfangreif, weil ich target all enemies up to 2 Hexes erwähnt. Ja, das ist wurscht. Das ist kein... Ähm, Fernkampfangreif werden dadurch definiert, dass Range dabei stehen. Ja, stimmt, ja. Das reicht. Okay. Na, dann würde ich... Dann verwende ich auf jeden Fall mal die obere Hälfte vom Crater. Mit der Naturmagie. Weil dann bekomme ich auch Push. Dazu nehme ich aber nicht nur Single Target, sondern ich verwende meine Volatite Bomb. Das heißt, ich kann zwei... Kann ich auch angreifen. Und da fragst du jetzt eine Andi, welche du beide wegschiebst. Ja. Aber das Problem ist, der hier ist auf jeden Fall dabei und damit stehen für eine Andi. Ja. Aber sie bewegen sich eh nachher wieder. Und deshalb... Stimmt, stimmt. Wenn sie dann noch leben, weil sie werden beide auf die Bear Traps hier geschoben werden. Genau. Also ich schicke die zwei mal weg. Ja. Also ich werde den Night Demon 5 jetzt mal angreifen. Okay? Mhm. Warte, stopp mal, stopp mal. Was denn? Nein, ich schicke nur ob... Bei sowas sollte man immer schauen, ob die Gegenstände noch irgendwas können. Aber... Ist bei dir ähnlich. Nein. Alles... Genau. Ja. Okay. Nein. Ich sag's nur, bei so großen Angriffen, AOE-Angreifen, ist immer wichtig, dass man alles macht, das irgendwie geht. Ja, nein. Ich hab da nicht so viel. Aber ich hab Plus Null. Drei Schaden bekommt dann mal. Du hast Desert Vantage. Ach so, Desert Vantage. Ja, richtig. Ich mach nur du, Mögi. Du erzeugst... In dem Fall ist dieses Vantage übrigens sogar positiv. Ja, richtig, ja. Das Ergebnis ist dasselbe wie bei Advantage. Aber ich hab vorher die Energie... Nein, 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 nein. Ist ein Blödsinn. Du machst nur Plus Null und die Rolling Card verfällt. Fällt. Das heißt, na wieso, ich verwende vor dem Angriff die Natur-Magie eigentlich, oder? Ja, ja. Aber die Rolling Card... Es kommt nur der Attack-Modifier. Die Rolling Card wird ignoriert bei Desert Vantage. Nein. Ja, aber es geht um die Natur-Magie. Die verbrauchst du? Es wird keiner erzeugt. Nein, ich hab eine. Ich verbrauch sie für die Attacke. Dann zieh ich zwei Karten und eine davon erzeugt wieder Natur-Magie. Ja, aber die wird... Die ist für nächste Wunde da. Nein, es wird keiner erzeugt. Du hast Desert Vantage und wenn du bei Desert Vantage eine Karte mit einer Zahl ziehst, nämlich Plus Null und eine Rolling Card, wird die Rolling Card komplett ignoriert. Aha. Das ist Desert Vantage. Okay. Also du hast Plus Null Angriff und die Rolling Card wird ignoriert. Also keine Natur wird erzeugt. Okay, ich verstehe. Aber ich schieb... Drei habe ich gemacht und ich schieb... Und er nimmt nochmal sechs Schaden auf der Falle und kriegt Gift. Das heißt, er nimmt neun Schaden und kriegt Gift. Geht runter auf sechs. Der Fünf, aber ja. Und er kriegt Gift. Aber wieso kriegst du dann noch... Achso, drei Schaden vom Angriff. Ja, vom Angriff. Ja, und Gift bekommt er. Ja. So. Jetzt ist der Night Demon's... ...nextrum, was auch gut ist, weil er könnte sterben. Der hat schon Gift. Also das sind vier Karten. Der hat schon Gift. Ja, ich... Ich zieh mal... Ich zieh zwei Karten. Ah, verdammt. Ahaha. Okay, Plus Null. Und er stirbt, die Falle ist weg. Und auf die Falle kommt eine Münze. Du kriegst den Kill. Mal schauen. So. Jetzt... fand ich uns entweder noch sch... Den haben die Fallen. Und schon... Ja, aber er kriegt einen Schaden, gell? Trotzdem. Es ist wurscht, wenn er dreimal angegriffen wird... Achso, stimmt. Ja. Das ist das mehr als wert. Ja, stimmt. Du hast recht. Und die Frage ist, was jetzt passieren wird. Die sind direkt nach dem Angriff. Keiner von uns ist vor... War ja mehr dran. Sie würden drei Fünferangriffe auf... Alle auf dem Andi machen. Nein. Ja, deswegen machen wir auf jeden Fall... Du, das passt schon. Er greift auf jeden Fall den Dings an, den Crackhardt. Das stimmt. Oder Crackhardt. Ich loste einfach... Ich loste ein, zwei Karten. Das ist kein Problem. Nein, 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 nein. Ich mach den Schild trotzdem auf jeden Fall. Weil, erstens ich... Also... Wir verlieren jetzt alle ein Leben einmal. Du nicht. Du nicht, Michel. Ahja, stimmt. Aha. Es ist schön, dass du es auch gemacht hättest, wenn du ein Leben verloren hättest. Ja, ja. Das wäre nicht. So. Ich verliere auch ein Leben. Warte mal. Ich werde da... Ich kriege da mehr Schaden durch meine Alliierten als durch die Gegner. Ich finde das nicht richtig. So, ich habe bis jetzt immer Rücksicht auf dich genommen. Ich könnte da noch viel mehr machen. Aber jetzt ist Schluss. Genau. Mit der Rücksicht. Leg die Karte aus. Die Karte wird ausgelegt. Aber du kannst es auch gleich weggeben. Ja, ich habe es jetzt weggegeben. Ähm... Die Erfahrung... Nein, siehst du. Hey, Moment. Ich kriege... Warte mal. Ich kriege ja mal erst einen Star für zwei Gegner. Einer fangen oder kriege ich da nur Einer fangen? Einer fangen. Einer fangen. War auch... Ja, ja, das passt. Das Spiel für... Ist klar, ja. So, und... Da kriege ich nochmal zwei. So. 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 Und jetzt sind die dran. Denkt ihr dann, ihr habt alle zwei Schilde in dieser Runde? Also wir alle. Zwei Schilde? Okay, das ist gut. Nummer zwei greift den Andy an, der direkt daneben steht, mit einem Fünferangriff. Fünf bleibt. Ich habe zwei Schilde. Ich nehme drei Schaden. Ja. Übrigens, wo ist das... Wo ist das Dunkelheitssymbol? Das hat sich versteckt. Das ist weg. Das ist... Ah ja. Das ist sicher in diesem Sack da drinnen. Das hat sich unsichtbar gemacht. Das ist in dem Sack drinnen. Das hat sich verdunkelt. Nein, da ist nur noch ein Token drinnen. Und das ist das Dunkelheitssymbol. Ich nehme den Sack selbst jetzt als Dunkelheitssymbol. So. Das ist jetzt unsere Dunkelheit. Ah stimmt. Die habe ich in der letzten Runde erzeugt. Nein, waa waa waa. Ich habe in der letzten Runde Dunkelheit erzeugt. Warte mal. Machen wir weiter. Dunkelheit. Ähm. Es ist wurscht. Die Monster machen jetzt komplette Dunkelheit. So. Ja. Der nächste Angriff. Das ist der Night Demon da vorne steht. Der greift mich an. Angriff 5. Ich ziehe. Nur 2, 3. Und 2 Schild. 1. Plus mein J-Mail. Ja, da geht gar nichts mehr durch. Da geht gar nichts mehr durch. Ich lache ihn aus. Und der hier, der 5er, fokussiert den Andelt. Weil er nur 2 Felder braucht. Und... Und schon stehen wieder 2 nebeneinander. Ja, genau. Genau. Stimmt. Ich bin jetzt auch an mit 5. Ich ziehe. Plus 0. Ist mal 5. Ich habe 2 Schild. Ja, ist 3. Bleiben 11 Schaden. Also, 3 Schaden. Ah ja. Einen Schaden habe ich noch weniger. Wieder wegen diesen... Ja. High Armor. Das heißt, ich nehme ein Leben wieder dazu. Gut. Das heißt, ich brauche eh nichts mehr machen hier. Oh ja. Könntest du den 6er wegräumen? Der andere ist dran. Der andere ist dran. Bis ich dran bin. Bis ich dran bin. Ich kann 2 nebeneinander angreifen. Ich kann 2 nebeneinander angreifen. Oder den 5er. Versuche sie nicht, wenn geht, versuche die 2 Stärkeren anzugreifen. Weil ich kann alle 3 angreifen. Nein. Das geht nicht. Ich muss den 5er angreifen. Okay. Dann kann ich mal aussuchen, ob ich den 3er oder den 2er mitnehme. Ich nehme den Stärkeren mit. Den 3er. Nein. Nein. Greifst du alle 3 an? Ich bin ja weiter weg. Nein. Ich kann nur 2 angreifen. Also, ich kann alle 3 angreifen dann. Ja, ich auch. Aber mit Rums? Dass die weg sind? Rums. Ich glaube, wir kennen alle sind. Okay. Okay. Dann greif den 2er an. Nein, den 3er. Warum soll ich den 2er? Entschuldige, den 3er. Nein, den 3er. Er hat recht. Ja, ja, klar. Den Stärkeren. Das mache ich. Genau. Ich fange da mal an mit dem schwächeren. Mit dem 5er. Ich setze deine E-Glide-Goggles ein. Ja, ja. Natürlich. Ich setze also diese Digital X ein. Und ich setze die E-Glide-Goggles ein. Und ich fange jetzt... Kein Disadvantage. Ich fange mit dem... Kein Disadvantage. Genau. Mit dem 5er. Der 5er hat 6 Leben und ist vergiftet. Nimmst du den 6er Attack? Ich nehme den 6er Attack. Natürlich. Okay, gut. Ja, dann. Ja, wo mache ich das? Ja. Und ich habe nachher sogar noch einen Anker. Ja. Stimmt, ja. Also den 6er Attack. Eine Karte hat 7. Okay, das sind 7er. 7 plus Poison ist 8. Er ist tot. Er ist weg. Er ist weg, ja. Genau. Und jetzt haben wir gesagt auf den 3er. Er hat 15 Leben und ich mache einen 6er Angriff auf ihn. Es hätte ein 8er Angriff sein können, aber ihr wolltet nicht. Passt. Passt. Da wo der Hartmann zieht den Patzer, da ziehe ich die mal 2. So warte mal. Das wird ein Schaden. Aber er lebt noch. Er lebt noch. Durch das Gift. Er lebt noch. Das ganze mal 2. Er lebt noch, ja. Ah, nein. Wieso 14? Ich mache nur 12 Schaden, nicht 14. Wölf. Wölf macht er. Wölf. So ist vergiftet. Nein. Nein, der ist nicht vergiftet. Er war nicht vergiftet. Nein. Gut. No shit. Das war das. Du kriegst mal 2 Erfahrungen und weg mit der Karte. Genau. Und ich muss dann auch mischen. Und dann machst du noch die unteren Hälfte von Scam Machine Man Inbar. Genau. Entweder gehe ich jetzt auf eine Münze oder ich erledige noch ein Monster. Du kannst hier hingehen und kannst den Monster erledigen. Wieso kann er hier? Ich kann entweder gehen oder schießen. Er kann entweder angreifen oder er muss die untere Hälfte machen. Stimmt. Ja, stimmt. Ja, greife an oder? Greife an. Ja, sicher. Ich greife an. Ja. Aber bitte auf den mit 13. Ja. Damit die AOE Angriffe eh noch. Ja. Okay. Dann greife ich jetzt den Zweier an. Und ich ziehe jetzt zwei. Warte mal, dann hast du Zivantische. Zwei Mal Zivantische. Aber ich muss trotzdem nur zwei ziehen. Ja, genau. Ja. Aber warte mal, das ist blöd. Ähm. Ich habe jetzt die Hand schon drauf gegeben. Da wegen dem Mal zwei und so. Es ist wurscht. Du ziehst jetzt. Du mischst es. Und wenn du mal zwei ziehst, wird es ignoriert. Alles andere wird einfach normal gemacht. Ja. Okay. Ja. Vier Schaden. Vier Schaden. Vier Schaden. Erst auf neun. Genau. Und ich kriege jetzt drei Erfahrungen. Mhm. Und, äh, noch was. Ich werde noch meinen Moon Earing einsetzen. Und kann dadurch die beiden wieder, ähm, aktivieren. Eine kannst, eine kannst, oder? All your Items. All your Items. All my Spent Items. Genau. Ja. Das ist sehr nett. Sind Spent auch getappte Items? Ähm, nein. Weil die sind ja nicht Spent, die sind Lost oder sowas. Irgendwas. Oder? Nein, wegen TI gleich auch jetzt. Refresh ist nur, du tust alle getappten wieder untappen und das war's. Ah. Okay. Verstehe. Also alles was umgedreht ist. Also die Axt nicht. Genau. Gut. Ähm. Aber gar nicht so schlimm jetzt, Leute. Ich zeig euch jetzt mal, wie das ist, wenn man schlecht sieht. Äh. Warte, 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 warte. Hatma, hatma. Bevor du irgendwas machst. Ähm. Willst du wirklich zwei Angriffe machen? Oder willst du vielleicht auf dieses B-Feld gehen, nachdem du den Angriff gemacht hast? Warum sollte ich dort hingehen? Ähm. Damit ich daher gehen kann. Wo du bist jetzt. Weil dann würde ich nämlich den Forked Beam nehmen und könnte beide angreifen. Das ist die Karte, die zwar... Das ist egal, ob er da oder da... Es ist... Achso! Nein. Für mich ist es nicht egal. Weil mit dem Forked Beam treffe ich nur den Demon 3. Ja, aber das heißt sowieso, ob du hier stehst oder da stehst, ist die Sam. Ähm. Weil ich die Karte verliere. Das ist egal. Überleg dir, wie lange das Szenario noch geht. Ja, das mag schon sein, aber... Ich spiel gern effizient. Na, effizienter ist, wenn der... Im Pilling. Ja, und... Du hast deine Erfahrung und machst Naturfirmen für mich hier auch. Ja, ich weiß nicht. Ja, du... Ich mach lieber meine zwei Angriffe. Wir gehen jetzt daher. Du, ich mach's mir jetzt mit Schaden. Also ich mach einen Angriff 5, nämlich die Unterhälfte von Toxic Bolt. Jetzt Urfield disadvantage auf die Nummer 2. Ich ziehe. Und Schaden geht runter auf 3. 16. Nein, auf 4 geht er runter. Leute, ich hab jetzt grad 23 Schaden gemacht. Ja, ordentlich. Jetzt verwende ich Reviving Shock, um beide mit jeweils 2 und diese Vantage anzugreifen. Ähm, zuerst Nummer 2. Der nimmt 2 Schaden. Kann das bitte jemand eintragen? Und jetzt... Ja, die Nummer 2 war das, oder? Ja, und jetzt Nummer 3. Der nimmt 1 Schaden. Der ist 1 Schaden. Der geht auf 2 runter. Der ist 1 Schaden. Der sind beide auf 2 runter. Okay. Ja. Ähm, damit haben wir sie schön präpariert für dich, René. Meine... Meine... Meine Aktion ist beendet. Ich nehme noch 2 Erfahrungen. Gut, dann gehe ich mit der unteren Hälfte von Forked Beam auf dieses B-Feld hier. Ähm, und mit der oberen Hälfte von Impaling Eruption. Ich liebe den Zauberspruch zwar, aber... Ähm... Ja. Ja. Er ist eigentlich ein guter Geudert. Weil ich könnte 4 Sachen angreifen. Äh... Greif ich beide auf. Weil so viele noch dastehen, ne? Ja. Ich hätte doch früher dastehen können. Im Nachhinein betrachtet war es ein Blödsinn, dass ich so spät dran mache. Okay. Ähm, ich greife zuerst den Demon 3 an. Ich setze natürlich die Eagle Eye Goggles ein. Ähm... Damit ich keine Disadvantage habe. Ja. Und dann zeige ich euch, wie man schlecht sieht. Na doch nicht. Er ist einmal tot. Und Eis. Die zweite ist auch tot. Mal schauen. Jetzt gehen wir bequem nach Hause, oder? Jetzt gehen wir noch vor. Ja, wir müssen nur noch vorgehen, genau. Ja. Ähm... Leute, schlechte Nachricht. Wieso? Der Raum hinten stürzt ein. Ja. Mein Gott. Was sollen wir tun? Lauf! Aber die B-Felder noch nicht, gell? Na ja, könnte ich so machen. Ja, jetzt müssen wir dann laufen. Na ja, es sind immer nur zwei Felder, die einstürzen hinter uns. Drei. Zwei. Oder drei. Okay. Also in der ersten Runde sind sogar vier. Wenn ich die B-Felder untertür... Was machst du mit dieser Kiste? Wieso ist die da jetzt? Ich finde, die macht sich gut dort. Mhm. So. Ähm, René, wollen wir jetzt 10 vor 12? Ich nehme an, wir werden jetzt zwei schnelle Runden machen. Ja, sie machen. Außer der Andi macht weiter mit dem Blödsinn. Dann dauert es noch länger. Ähm, wollen wir es noch fertig spielen? Ja. Ah. Das Problem ist nämlich, dann zeug du auf die Kultursen. Ja, 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 ja. Ich werde jetzt allerdings in der ersten Runde irgendwas tun, was ihr nicht ganz verstehen werdet, möglicherweise. Okay. Verstehe, du hast ja ein persönliches Ziel. Ich mache eine Short-Rest übrigens. Ich habe ein persönliches Ziel. Eine Short-Rest kann man sich nicht aussuchen, gell? Doch, wenn man eine zieht, die man unbedingt haben will, dann... Aber die ist okay. Da kann man einen Lebenspunkt verlieren und eine andere stattdessen ziehen. Aber die muss man dann entsorgen. Ach so, war... Ja, eine Short-Rest im Moment. Ja. Aha. War der Short-Rest? Ich werde jetzt auch einfach noch Erfahrungen raushauen und... Aber bitte räumts die drei Fänder. Ach so, warte jetzt mal, ich habe die zwei Erfahrungen. Wie kann ich zufällig eine auf die... Also ich mische und ziehe die Oster runter, oder? Genau. Ja. So, passt perfekt. Ich nehme mich. Ich muss mir noch zwei Fahnspunkte nehmen und schauen. Wie viel Schaden kriegt man, wenn man durch so eine Falle rennt? Sechs. Hahaha. Sechs. Unvergift. Unvergift. Was? Unvergift. Okay, gut. Das überlebe ich. Ich weiß schon, was für eine Karte du hast. Leute, bitte. Ganz wichtig. Kein Fehler machen. Nehmt Smooth-Karten. Obwohl zwei Bewegungen klickt man immer irgendwie. Ja. Ja. Naja, aber der Falle muss man halt... Obwohl, ja. Naja, oh ja. Jetzt in dem Zust... Ja, jetzt in dem Zust... Weil... Wir können immer die untere Hälfte für zwei Bewegungen nutzen. Das geht schon. Ja, aber jetzt die Runde... Nach dieser Runde... Stürzt das ein. Diese Runde bin ich... Diese Runde... Na, da stürzen nur die vier ein. Ja, es darf... Genau, es darf keiner mehr dastehen. Aber wenn du jetzt nur zwei Fänder gehst... Ja, ich bin auch nächster Runde am Abfeld. Ja, aber diese Runde stürzt das alles ein. Denkt bitte vorne. Ja, ja. Also wir bleiben nicht stehen. Keine Sorge. Du, bleib ich ihn noch mal. Im Notfall können wir die untere Hälfte der Karte vermoven. Achso, Blödsinn. Du kannst ja auch absichtlich in die Falle reinlaufen und fertig. Ja, ja. Ich denke ich. Vollkommen richtiger. Haben wir alle. Okay. Dabei habe ich mir gedacht, dass ich dieses Mal in keinster Weise in der Lage bin, die Perks zu erfüllen. Ich auch nicht. Und ich ärgere mich. Ich hätte sogar das andere erfüllen können. Nein, das andere hätte ich nicht erfüllen können. Jetzt sehen wir unnützes Erfahrung sammeln in Anwendung. Und ganz unnützes Geld sammeln. Ja, mach mal. Ich habe es gemacht. Ich bin fertig. Hast du Wind erzeugt? Ähm. Braucht ihn jemand? Ja, ich habe Wind erzeugt. Warum sagst du sie? Nein, ich brauche keinen Wind. Nein. Ich brauche keinen Wind. Nein. Trotzdem. Ich habe jetzt Wind gemacht. Vielleicht brauche ich die Stormblade nochmal. Schau mal. Gut. Ähm. Dann ist jetzt dran. Ich. Oder nein. Schau, ich bin auch einmal früh dran. Ähm. Ja, ich nehme die untere Hälfte von dem, vom, vom Cracking Air. Ja. Das ist ein Puff 3. Mhm. Und ich ziehe ganz zufällig durch diese Falle durch. 1, 2 und bleib auf dem Feld stehen. Du kriegst Gift und 6 Schaden. Und einmal Poison. Obwohl du das Gift vergisst. Das greift dich keiner mehr. Ja. Und die obere Hälfte verfällt, gell? Und die obere Hälfte vom Dings verfällt, ja. Ähm. Dann bin ich dran. Ja, ich mache einen Fünfer mit Jump. 1, 2, 3, 4, 5. Und heil den René um 4. Oh, das ist ursüß. Du brauchst das? Ja, ich brauche das. Nein, du bist zu weit weg. Ich kann ich hier nicht heilen. Aber den Andi heil ich um 4. Ich heil dich um 4. Und ich erzeuge Naturmagie übrigens. Okay, ich krieg 4 dazu. Genau, ja. Okay, es ist Zeit, dass mein Battle-Bot das Ruder herumreißt. Ich bewege mich um 2 Felder auf diese Münze hier. Jetzt wird der Battle-Bot irgendjemandem im Weg stehen. Ich sag dir das. Und den Battle-Bot, den stelle ich hinten auf das. Wenn das gleiche einstürzt. Wieso machst du das? Geh mal, Battle-Bot. Leck in den Rückzug. Pass auf. Die Runde ist beendet, wenn Battle-Bot stirbt. Da stürzt alles ein hier. Ich lege keine Dienstleistungen raus. Fast für mehr Karten. Du bist so unfassbar gemeint zu deinem Battle-Bot. So, hey, ich kriege eine Erfahrung. Siehst. Ah ja, ich kriege auch 2 Erfahrungen. Weil ich einen Battle-Bot erzeugt habe. So. Ich mache jetzt einen Short Rest. Ich mische mal. Und lege die oberste Karte weg. Okay. Okay. Fünf. Kartenhörchen. Macht's hin und es ist spät. Das kriegen wir in einer Minute jetzt fertig. Hoppala. Die Runde schaff ich's. Die Runde schaff ich's nicht. Nächste Runde erst. Ja, ich, ich warte dann dort. Ich stelle mich jetzt absichtlich irgendwo vorne hin und bleib da. Wie wär das? Und alle anderen stellen sich auch daher, dass ja, irgendeiner durch die Falle gehen muss. Okay, haben wir alle? Nein, der andere hat mich nicht. Ja, er hat's gleich ausgelegt. Okay. Ich disarmen noch, falls irgendwas noch auftaucht. Ja, ja, ja. Unerwarteterweise. Geh weg, Kartenhörchen. Psst. Okay, ähm, ich verwende einen Move 2. Wir bekommen Erfahrung. Wieso habt ihr alle solche Karten? Ich hab das nicht. Ich krieg nur Erfahrung, wenn ich irgendwas angreife. Ich hätt mal, ich hätt mal die jetzt karten sollen, die andere Karte. Ich mach Move 4. 1, 2, 3, 4. Und dass die Oberhälfte verfallen von der anderen Karte. Fertig. Nächster. Ja, ich spring da jetzt rüber mit einer Move 8. Entschuldigung, ich verwende übrigens noch mal einen Trank, dass ich mir zwei Karten zurücknehme, gell. Ganz wichtig. Ich spring da her, so nach dem Motto, möglichst weit weg und die andere verfällt. Hartmann, wieso bist du noch nicht draufgegangen? Naja, und ich mach Windenergie dabei. Weil ich langsam bin, gib mal Ruhe. Höhen. Ich erhöhe die Windenergie wieder auf voll. Genau, nein, das interessiert mich nicht. Wieso interessiert dich das nicht, Hartmann? Andi, du bist dran. Ah, und ich mach eine Short Rest übrigens. Alles gut. Achso nein, ich mach eine Long Rest nächste Runde. Ja. Stimmt. Das geht eh. Dann muss ich gar nichts machen. Mach da Hande. Bleib stehen. Nein, ich bin hier gestanden. Und ich bin hierher gegangen. Und das Loot gespielt hat. Ähm. Naja. Warte mal, wie viele Felder stürzen ein? Jetzt stürzen die drei hier ein. Ah, eh immer nur drei. Ja. Weil, wenn der Hartmann jetzt nicht rein geht's nicht. Schau, letzte Runde. Geht schon. Ja. Wie schon gesagt, ich mach eine Long Rest. Mhm. Okay, ich bin mit... Voll lächig umbringen. Geh machen. Ah, ich bringe mich dann. Sei lieb. Sei lieb. Ich bin lieb. Wir haben gerade so gut zusammengearbeitet, das ist kein guter Zell. So, geht schon. Also ich werde... Ich heil mich um vier auch noch. Okay. Das bringt nichts für ihn. Heil ich um vier. Hartmann heil ich um vier. Milch kann es um vier heilen. Ich bewege mich ein Feld. Ja, ich heil dich um vier. Nein, ich bewege mich zwei Felder. Ah, super. Ich bin disconnected. Das ist so ein Dreck. Ja. Passt. Ich heil dich um vier. So, dankeschön. Ich bewege mich zwei Felder und lasse die Oberhälfte von einer Karte verfallen. Fertig. Und Ande? Ähm. Also...